Ich trau mich gar nicht weiter hier, weil irgendwie, äh, ach ne, warte mal, der ist auf einer Insel? Aber die kommen ja eh nicht durch, weil... Warte mal, kommt hier nicht noch so ein Reset? Weil ich will denen nur ungerne beibringen, wie die durchs Wasser laufen können. Das möchte ich nur ungerne. Das kann ich vermeiden, indem ich auf so'n scheiß Reset warte. Eigentlich. Rein theoretisch. Aber, jetzt will hier keiner, keiner langkommen. Es bleibt mir nichts anderes übrig, als runterzugehen. Ich meine, es ist also praktisch gut, um runterzugehen. Scheiße, Alter. Ja, komm schon. Darauf hab ich gewartet. Ich will ja noch. Yeah. Ich will nämlich nicht, dass diese Viecher... ...dass sie lernen, wie man durchs Wasser geht. Und das lernen die nämlich dadurch nicht, wenn der Palastik mich resettet. Das Wasser macht ihnen nichts mehr aus. Scheiße. Ja, weil nämlich... ...darauf hat das die Worte, ey. Ich bin aber voll immer ins Ziel vorbeigelaufen. Voll dran vorbei. Ja, ja, ja. So. Also... ...müssen wir wohl... Ich warte noch mal, ob was da rauskommt. Der geht jetzt sowieso da lang. Ne? Aber... Aber nicht so weit. Das ist schon mal gut. Gut. Bleib ruhig da. Bleib ruhig da. Und das ist nämlich das System von dem Palast. Nämlich, weil der lernt, wie wir uns... ...der zeichnet unsere Bewegung sozusagen auf. Die KI und so. Ne? Und die lernt dazu. Die lernt dazu. Und die gehen jetzt im Wasser. Da sind wir praktisch gezwungen, die Sachen, die sie da lernen, ihnen beizubringen. Wir können nämlich... ...verhindern, ihnen Sachen beizubringen, aber... ...naja, das ist eher so... ...semi-geil ist das. Ne? Und da die jetzt eh durchs Wasser gehen können, ist das eh kackegal, weil... ...ähm... ...ja, weil vorher kommt der Reset nicht. Ja, und das ist halt... ...der springende Punkt. Ne? ...ja, semi-geil. Herzgeil. So. Die alte Höhe ist voll. Jetzt weiß ich aber nicht... ...ah, kacke. Ich weiß nicht, wie ich's anstellen soll. Ich kann's tatsächlich mal versuchen mit der Methode von... ...ah, das ist eher so semi-geil. Immer nur zu laufen, wegzulaufen und so. Ist ja nicht die Lösung, ne? Ich weiß nicht, dass die Viecher nicht sehen, dass da ein Licht ist oder so, ne? Das ist schon krass. Hm. Naja. Ähm. Ist egal. Wir kommen da schon irgendwie... ...kommen wir schon durch, würde ich sagen. Jetzt ist wieder der Palast... ...Geresität. Kein so viele, ne? Hier semi-geil. Nach wie vor. Hm. Also, wir haben eine bestimmte... ...Reichweite, sag ich mal. Huh. Also, entweder ist das gut, wenn das eine... ...exakten Kopien macht... ...oder es ist eher schlecht. Weil ich aber langsam glaube... ...dass das schlecht ist. Weil jedes Mal, wenn wir denn irgendwas machen... ...oder jetzt... ...ich glaub nicht, dass das für uns ist... ...sondern das ist wirklich für den Scheiß... ...Palast, ne? Glaub ich zu langsam. Gehe ich stark davon aus, weil... ...er macht Kopien, wie gesagt, ne? Und ich glaube, das ist der Moment... ...ja... ...das ist nicht der Moment, wo wir denn... ...nicht mehr sichtbar sind, sondern... ...wenn wir... ...wenn er unsere Bewegung kopiert. ...und das ist, glaub ich, dieser Moment... ...nehm ich mal so langsam an, also... ...und der Feind ist halt einfach wir selber, ne? ...und wir sind halt, äh... ...bring denen ja eine ganze Scheiße bei. Und ich muss mich überlegen. Da ist was, da... ...vielleicht auch, und... ...ich kann nicht einfach so durch, das geht nicht. Da ist einer, mein ich. Obwohl, wie gesagt, wir haben eine bestimmte Reichweite, wo uns die Viecher... ...also diese Kopien... ...nicht sehen, können. ...mehr oder weniger. Das ist ja so... ...ekelhaft. Scheiße. Kacke! ...leck mich doch am Arsch. Ist nicht dein Ernst, halt. Boah. Wir können eigentlich gleich dezent da so, äh... ...lang gehen, weil... ...da gibt's eh nix. Und hier ist die ganze Scheiße. Die ganze Schose. Wenn ich jetzt dieses Scheiß-Ding hier nicht mache... ...diesen Jump... ...vorher... ...kommt auch dieser Scheiß-Reset nicht. Das kannst du voll vergessen. Ich weiß nicht. Äh... Scheiße, Alter. Achso, können wir denn also... ...ah, okay. Okay. So sehen wir. Achso, okay, gut. Moment, ey. Mit dem Controller ist echt für'n Arsch. Ich trau mich bloß nicht weiter, ey. Weil wir müssen da aber hin. Okay. 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 Und trotzdem haben sie die Bewegung kopiert. Mann, scheiße. Also im Endeffekt sind wir ja so... ...ähh... ...sind wir gezwungen, denen das beizubringen. Sind wir ja so... ...mehr oder weniger kommen wir ja nicht dran vorbei. Ja. Müsste ich bloß mal sehen, wo der jetzt lang geht? Ich bin kurz vorm Ziel. Das Wasser macht Ihnen nichts mehr aus. Ne. Aber trotzdem. Oh Gott, ich hab jetzt... ...hab mich schon gewundert. So, kommt man natürlich auch durch. Was war das gerade? Wollt ihr jetzt gerade auf mich geschossen? Heilige Scheiße. Kann man es natürlich auch machen. Der scheint da bloß zu stehen. Den könnte ich eigentlich... ...kehlen. In dem Sinne... ...ähm... Gut. Der ist weg. Den hole ich mir gleich. Ha. Die bekriegen mich selber. Heiliger Trick. Ah, ja, 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 ja. Ich will mich da so hängen. So. Jetzt muss ich da auch noch hin. Äh. Heiliger Bimba. Ah. 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 Also ganz schnell hier runter. Dass ich auch... ...ne Möglichkeit habe zu flüchten. Oder zumindest. Äh. Das Ding ist... ...die... ...bekriegen sich jetzt selber. Also die schießen sich gegenseitig selber runter. Und jetzt hier sind es auch nämlich die Knarren. Warum ist immer alles nur so kompliziert? So klompiziert, meine ich. So. So. Mal gucken. Die da oben sollten jetzt kein Problem sein. Aus jetzt der da vielleicht. Aber... Weil die werden mit jedem Zug werden die nämlich geschickt da. Ist das rumstehende Optionen oder... ...wie oder was? Da ist eine. Die habe ich schon markiert. Genau. Ich glaube dieses... ...dieses Aufleuchten... ...ich glaube das ist der Moment... ...wie ich bereits sagte... ...das ist der Moment... ...ähh... ...wo der unsere... ...Bewegungen aufzeichnet. Glaube ich. Ich kann mir natürlich auch irren, aber... ...trotzdem. Ähm... ...was ist mit dem? Steht der jetzt los rum? Er scheint ja los rumzustehen. Okay, okay. Ähm... Ich weiß gerade nicht, wie ich es anstellen soll. Scheiße. Ich weiß es echt nicht. Ich weiß es echt nicht. Ich weiß es echt nicht. Ich glaube ganz einfach. Der packt einfach mal in der Wand fest. Einfach mal so. Also noch hat er uns nicht gesehen. Noch nicht. Wahrscheinlich mal so anzunehmen. Der ist nämlich noch da hinten am rumdümpeln. Und wenn er jetzt aber in der Wand... ...bleibt... ...wenn ich jetzt kille... ...macht es keinen Sinn. Weil jetzt nämlich gleich der Reset... ...dann macht dir der Kill keinen Sinn. Scheiße. 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 Der packt wirklich in der Wand fest. Ich habe mir die alle markiert. Also jetzt die... ...den wichtigsten Schienen. Ah, warte. Ich warte mal noch. Ein Memory-Ovaluat. Welchen jetzt wieder... Ach, das macht doch alles keinen Sinn. Scheiße. Oh, Junge. Da beißt ja fast den Controller rein, Alter. Junge. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ja, genau. Dreh mal schön. Oh, nö. Bleib bloß da, bitte. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Zepter steckt drin. Ich mache es einfach so, ich mache jetzt, ich mache jetzt, warte, warte. Ich habe es jetzt so weit geschafft, ja, nicht um zu sterben, sondern einfach um, äh, ähm, um, den scheiß Reset abzuwarten. Ich warte mal ab. So. Äh, wir haben schon, geh weiter. Ja, 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 da ist es. Äh. Das Schwerste wäre schon mal geschafft. Oder zumindest. Ja. Der erste Moment, besser gesagt. Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü